Geil! Ah, so schön! Ne, nicht schön! Mann, was hast du denn da? Ja, ähm... Warum nicht schön? Also, ich möchte mich mal hier in aller Form bei allen entschuldigen, die ich in letzter Zeit bei Nachlässigkeit habe. Und, äh... Ja, des Weiteren habe ich festgestellt. Ähm... Ach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, ich... Äh... Ich hatte so schöne Worte. Aha, alle wieder weg. Okay, dann soll ich das wohl nicht machen. Tatsache ist, äh... Dass ich froh sein kann, hier in Sedin wohnen zu dürfen. Ja? Ja, hier ist den Weg vorbei. Aber ich habe mich hier benommen, äh... Im letzten Jahr. Äh... Ja, ich weiß nicht. Schrecklich. Ja, äh, so geht man nicht mit Menschen um. Also, ich möchte mich bei allen sie Dienern, äh, entschuldigen, falls ich, äh, zu laut dies und jenes. Äh, ja, furchtbar. Beleidiend war ich ja auch öfters, ja. Äh, man darf keine Menschen beleidigen. Oh, die Musik ist so laut. Das ist frei, aber nicht so. Oh, ich zeig euch mal. Haltet mal. Wo hab ich's denn? Hier, ne? Ja, ihr seht, ich bin verlegen. Ja. Ähm, das ist mir schön, selber zuheben zu müssen, äh, dass man, äh, zwar viel redet, ja, aber wenn's denn darum geht, mal zu beweisen. Ich nur weiß, schuldig bleibe. Okay, ich werde das ändern. Ähm, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich wüsste ihn kaum. Hahaha. Ach, die Musik. Juhu. Ich wünsch euch allen einen schönen Tag.